Ahoi Leute, heute sind wir das letzte Mal im Villa, es ist Finale, morgen ist wohl, schaut vorbei, wir sind am Hans-Gasser-Platz, wir haben Richard mit, die weltberühmten Erdeberger und da hinten haben wir ein Saatgut-Fest auch, schaut vorbei, ratschen wir noch ein bisschen, morgen ist wohl, geht's zur wohl, wenn ihr wollt, wollt ihr vielleicht uns, wenn ihr Lust habt und Fahrzeugstimmen kann man diesmal auch 3F ergeben, ja wir waren jetzt zwei Monate unterwegs, heute ist der letzte Tag, morgen Hochrechnung und vielleicht sieht man sich ja noch, Ahoi!